Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei nächster Aufnahme von Philoot4 und ja wir sind in Sanctuary Sanctuary und ja was haben wir da noch nix unsere weitere Mission weil ich habe jetzt herausgefunden dass wir müssen sehr viel bauen machen wir noch eine Sache das muss ein dach hingehen also das wird scheiße weil das ist der aktiven Gebiet also das heißt dass wir haben die so viele aktivitäten machen wir so dann muss mir erst mal stört haben wir nicht haben wir weniger mann mir in bin ich und mehr platz natürlich das nehmen wir einmal schauen wir ob das alles leer ist so ist leer Füße und Kern ist da haben wir sechs Füße und Kern ist reich und wunderbar muss ich ich bin gezwungen den Roboter nehmen oder ja diese Rüstung und immer wenn ich steige habe ich sofort 50 Punkte mehr kann ich sagen das finde ich nice aber wenn ich steige raus so haben wir zu viel dann laufe ich eine Schöpfe also gehen wir dahin ich habe nicht gedacht da müssen wir noch mal lachen gehen ich glaube hier eine radioaktivitäten haben wir ja wir sind ganz nah wir sind vor allem ein ganz wegzuacki Oh du Arme. Was haben wir da? Essen mal, ja. Das nehme ich. Das nehme ich. Wir werden gebrauchen. Essen, essen. Oh ja. Essen, essen. Ein Emmy haben wir. Ja, dann gehen wir nach unten. Juhu, haben wir Schlüsse gefunden. Ja ey, das ist sehr schwer zu finden. Meine Güte. Soll ich, nehme ich. Muss ich nehmen. Das nehme ich auch. Oh. Ich hoffe, ich nehme schon wieder nicht so viel. Das nehme ich mir da drauf. So, Zigaretten, das Essen. Mehr nicht. Schade. Öffnen. Öffnen. Oh, sieben. Haltklammer. Mentos. Noch was. Alles? Auch hier ist noch was. Nix. Okay. Oh, das haben wir fast übersehen. Können wir. Ach nein, Roboter. Die Roboter. Aggressive Roboter. Ne. Sinds noch besser. Ja, ist klar. Juhu. Hab ich schon. Was ich wollte. Äh, wo? Äh, wo? Oh, 30%. 30% ist schon langsam kritisch. Erreichen wir nach dem Kampf. Äh, wo? 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 Blast mich? Blast mich willkommen auf dem Kopf. Er ist tot. Noch einer? Nö niemand. Nur die Palästinz. Haben wir besiegt? Ja, das passt schon. Also so viel ... Ärger haben wir nicht bekommen. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht, wie ich solle runter gehen. komischerweise ja wahrscheinlich haben wir schon gewonnen das ist die waffe das haben wir auch viel ja mir ja viel 800 schuss die arme waffe nehme ich stürze das ist nicht gut verkaufen ist der in ernst so wie jetzt eine falle wenn wir noch was oder muss ich griechen eine hier weiß schon ja das war ich schon gut das nehme ich dann nehme ich auch das auch also war nicht fehler die tüten das ist sehr 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 wichtig was haben wir da ist das was ist das 99 präzision erreicht weiter das nehme ich mir ich würde sie die ausprobieren und der andere macht immer ziemlich viel schaden aber der irgendwie ziemlich richtig ok gehen wir weiter hallo ja ok das ist aber fusion kern nehme ich mir das nehme ich das passt nicht schon wieder reinhecken auf zweiter und nein Ja, geschafft! Ja, bitte aktivieren, Notfall, reaktivieren. Alter! Komm! Juhu! So sollte es sein. Jetzt! Musste ich das machen? Lalalalalala! Lalalalalala! Aber bis jetzt ist nichts da! Kein Monster, Gott sei Dank! Gut! Gehen wir! Licht, Alda! Ja, gut! Boah! Ja, ich muss ein Expert sein! So reinzuhäken! Nein! Drei Fußjunkern! Besser konnte es nicht sein! Glas! Okay, nehme ich wieder! Alter, ist es euer Ernst? Warte mal! Warte mal! Schaut euch kurz! Das ist eigentlich schon... Blech! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Nix! Nix! Schaut euch mal! Nix! Schaut euch! Schaut euch depreciate! Blei... Blei! Nix! Blech, noch Blei! Huuuuu! Warte! Zweimal Blei sind 18, und das ist 10! Nein, diese kleine lohnt sich besser. Ach, ja klar, das schmeißt ich weg, kann jetzt so normal laufen. So, da haben wir was entdeckt. Ja, wieso nicht, so, das haben wir schon, eigentlich, wir müssen hier gehen. Oh, den Trasmeter zu bauen wäre übertrieben, scheiße, weil wir müssen die letzte Sachen finden, in suchen. Das ist, was hier alles ist. Okay. 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 Sorry Leute, aber meine Schüssel ist reingegangen. Ja, das ist mir ein Schunkler. So, jetzt haben wir Spezial-Dinger. Jawoll! Können wir abbauen. Können wir abbauen. Ja, bisher könnt ihr nicht sein. Also, machen wir eins. Abbauen. Alles. Abbauen. 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 Also, Leute. Ich würde sagen, das war's. Und Ciao. Ich würde sagen, das war's. 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 Ich würde sagen, das war.